Ich kenne natürlich Russia Today auch von seiner Berichterstattung über den Ukraine-Krieg. Diese Berichterstattung unter Anführungszeichen hat alles gesprengt, was man an Propagandarahmern nennen konnte. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch das Recht eines Staates, seinen Propagandasender zu haben. Natürlich ist klar, wo Russia Today hin will und in welchem Auftrag es handelt. Hier gibt es teilweise sehr wenig Journalismus, so wie wir ihn verstehen oder verstehen sollten. Es muss uns klar sein, dass dieser Krieg heute mit allen Mitteln geführt wird. Bei den einen ist die Propaganda offensichtlicher, bei dem anderen ist sie verdeckter. Aber es ist ganz klar, dass auf der Welt alle Kräfte darum kämpfen, die Herzen der Menschen über Medien zu beeinflussen. Ich habe sehr wohl auch den Eindruck gehabt während des Ukraine-Konfliktes, dass westliche Medien hier gerade aus Donetsk und aus Lugansk teilweise sehr einseitig über die Stimmung berichtet haben. Und wenn Sie sehen, dass jetzt Aleppo in aller Munder ist, man hätte sich durchaus wünschen können, als Donetsk bombardiert wurde oder Lugansk, als diese Städte unter Artilleriebeschuss gelegen sind, hätte man sich durchaus vorstellen können, dass die gleichen herzzerreißenden Appelle westlicher Politiker es auch gegeben hätte, was die Bevölkerung in Donetsk und Lugansk betrifft. Wir haben 1,5 Millionen Binnenvertriebene in der Ukraine, die sind eigentlich völlig vergessen. Also wir brauchen sicherlich eine offenere Debatte mit weniger Polemik, aber nicht nur mit weniger Polemik, sondern auch mit weniger Abkanzelung der anderen Position. Wir haben ja jetzt den Putin-Versteher, die nächsten sind jetzt die Orban-Versteher. Also das ist die Abwertung der Position eines anderen durch Begriffe. Für mich ist gar keine Frage, dass Russland einen Aggressionskrieg in der Ostukraine geführt hat. Für mich ist aber ebenso wenig eine Frage, dass die USA einen Aggressionskrieg im Irak geführt haben. Und für mich ist auch keine Frage, dass die USA, Frankreich und Großbritannien einen Aggressionskrieg in Libyen geführt haben, der uns, was die ganze Flüchtlinge- und Migrationsbewegung betrifft, sehr viel von dem eingebrockt hat, worunter wir heute leiden. Und ich bin nur der Meinung, dass man Gleiches gleich bewerten soll. Und es scheint mir doch etwas merkwürdig zu sein, dass die Türkei in Syrien ebenfalls militärisch interveniert und wir mit der Türkei Beitrittsverhandlungen zur EU führen, während wir Russland auf der Sanktionsliste haben. Also hier geht es nicht um eine Entschuldigung von Verhalten Putin, sondern es geht einfach darum, dass man Gleiches gleich bewerten soll und nicht mit zweierlei Maß misst.